Heute vor einem Monat strahlte das zweite deutsche Fernsehen seine Sendung Der Machtmensch Putin aus. Bereits die Wortwahl im Titel der Sendung ließ er ahnen, worauf es mit dieser Sendung hinauslaufen soll, nämlich ein abermaliges Dreinschlagen auf den russischen Präsidenten im Tenor der letzten zwei Jahre. Dem stände im Grunde genommen ja nichts entgegen, sofern definitiv Wahrheiten ans Licht kämen, die nachweislich gewissenhaft recherchiert und sauber dokumentiert wären. Dass dem aber nicht so ist, sondern es sich sogar gänzlich gegenteilig verhält, das wollen verschiedene Stellungnahmen und die an das ZDF gesandten Programmbeschwerden stichhaltig aufzeigen. Als Gegenstimme zu der umstrittenen ZDF-Sendung, hier ein kurzer Auszug aus einer der Programmbeschwerden, die sich sehr detailliert und fundiert mit den Inhalten der ZDF-Sendung auseinandersetzt. Mangelnde Objektivität der Darstellung. Die unsichtbare russische Invasion. So wird im ersten Drittel der Sendung hinsichtlich Russlands Politik in der Ukraine ohne zu hinterfragen, die Behauptung verbreitet, die russische Armee sei in den Donbass eingefallen. Diese Sichtweise wird weder durch die Berichte der OSZE gestützt, noch entspricht sie der Darstellung seitens des Auswärtigen Amtes. Als einzigen Kronzeugen dieser nach aktuellem Kenntnisstand nachweislichen Falschaussage zitiert die verantwortliche Redaktion prekärerweise ausschließlich den inzwischen von Obama zurückgepfiffenen NATO-Oberbefehlshaber Philip Breedlove. Dieser US-General war aber auch schon bei der französischen Regierung unangenehm aufgestoßen, weil er den regelmäßig an die US-Administration weitergegebenen Erkenntnissen der französischen Dienste widersprochen hatte. So erklärte der französische General Christophe Gomart vor der französischen Nationalversammlung, Wir haben in der Tat festgestellt, dass die Russen weder Kommandostellen noch Hinterlandeinrichtungen, etwa Feldspitäle, organisiert hatten, die ihnen eine militärische Intervention ermöglichen würden. Seiner Begutachtung aller Frankreich zur Verfügung stehenden Dokumente zufolge habe es nie einen Hinweis darauf gegeben, dass Russland auch nur eine Invasion der Ukraine vorgehabt habe. Noch ungehaltener über die als gefährlich eskalierend eingeschätzte Rolle des US-Generals zeigte sich die Bundesregierung, allen voran Außenminister Frank-Walter Steinmeier, der die Äußerungen Breedloves als gefährliche Propaganda einstufte, als er sich zum Zweck seiner Zügelung im März 2015 an NATO-Generalsekretär Jens Stoltenberg wandte. Schlussendlich wurde der bekanntermaßen den US-Falken angehörige NATO-Chef selbst von der US-Regierung als derart unhaltbar erachtet, dass Präsident Obama ihn zurückpfiff. Nach all dem zitiert ihn nun eine sich als Dokumentation ausgebende Sendung des ZDF als unbestechlichen Zeugen russischer Aggression? Wie kann so etwas zustande kommen? Ist dies ein Recherchefehler oder eine absichtliche Irreführung der deutschen Öffentlichkeit? Soweit der kurze Auszug aus einer der vielen Programmbeschwerden. Für die Glaubwürdigkeit des ZDF noch katastrophaler fiel die Vor-Ort-Recherche des deutschsprachigen Ressorts des russischen Fernsehsenders Russia Today RT Deutsch aus. Hier dessen Gegenstimme zur ZDF-Dokumentation. Einer der Protagonisten der ZDF-Dokumentation, Machtmensch Putin, die der Mainzer Staatssender kürzlich ausstrahlte, erhebt nun schwere Vorwürfe gegen die Macher des Films. Der junge Russe Yuri sagt, die Filmemacher hätten ihn dafür bezahlt, vor der Kamera zu lügen. Offenbar macht sich das ZDF-Team zudem nicht selbst die Mühe in den Donbass zu fahren, sondern entschied sich bei dieser Sache für Outsourcing und beauftragte den russischsprachigen Filmemacher Valery Povkov. Dieser wollte seinen Auftrag wohl schnell zu Ende bringen und bezahlte laut dem russischen Sender Russia 1 einen gewissen Yuri dafür, im Film einen russischen Armeeangehörigen namens Igor im Donbass zu spielen. Dadurch sollte so das ZDF belegt werden, dass sich reguläre russische Einheiten in der Ostukraine befinden. Yuri präsentiert gegenüber dem russischen Fernsehen nun Rohmaterial, auf dem klar Regieanweisungen zu hören sind. Die gestellten Szenen tauchen dann auch genauso im ZDF-Film auf, doch statt der Regieanweisungen wurde ein Klangteppich aus dramatischer Musik eingespielt. Soweit die Gegenstimme von RT Deutsch. Die anfangs zitierte Programmbeschwerde endet mit folgenden Sätzen und urteilen Sie, liebe Zuschauer, bitte selbst, ob damit nicht der Nagel auf den Kopf getroffen ist. Nicht die, die da porträtiert werden, sondern die, die ein anderes Land und dessen Regierung derart primitiv und menschenverachtend porträtieren, erscheinen den Menschen nämlich immer mehr als tödlich-totalitäre Bedrohungen. Denn wer demokratischem Denken verpflichtet ist, versucht doch Menschen nicht derart emotional zu beeinflussen. Diese Sendung war wie Sendungen ähnlichen Stils, die ihr vorangingen, übergriffig, auch und gerade uns als Zuschauern gegenüber. Ich protestiere hiermit entschieden dagegen, für so einen Schmutz Rundfunkgebühren entrichten zu müssen. In der heute vor einem Monat vom zweiten deutschen Fernseher ausgestrahlten Sendung Der Machtmensch Putin wird Russland Militärpräsenz in der Ukraine vorgeworfen. Wie in unserer vorherigen Sendung dargelegt, erweist sich diese Darstellung als bloße, unhaltbare Behauptung, ja als unverantwortliche Hetze. Denn die Organisation für Sicherheit und Zusammenarbeit in Europa, OSZE, konnte nachweislich keinerlei russische Militärpräsenz bestätigen. Demgegenüber ist aber sehr wohl nachweisbar, dass der US-Kongress im letzten Jahr 300 Millionen US-Dollar für die Modernisierung der ukrainischen Armee bewilligt hat, wie der russisch-internationale Fernsehsender RT Deutsch am 19. Mai 2015 berichtete. Schon bevor das Geld floss, hätten die USA 300 Elite-Soldaten als Ausbilder in die Ukraine entsandt. Fernerhin seien gemäß einer weiteren Dokumentation von RT Deutsch bewaffnete Männer mit nordamerikanischem Akzent in Militäruniform seinerzeit in Mariupol unmittelbar nach dem Raketenschuss gesichtet und gefilmt worden. Damit wurden Vermutungen verstärkt, dass US-amerikanische private Militärfirmen wie Academy, ehemals Blackwater, in der Ukraine aktiv sind. Ende Juli 2015 machte der Fall von neun US-Soldaten Schlagzeilen, die einschließlich ihrer Sturmgewehre mit einem Linienflugzeug über Wien in die Ukraine reisen wollten. Die US-Soldaten wurden von der österreichischen Polizei am Flughafen gestoppt, da eine solche Durchreise gegen das Truppenaufenthaltsgesetz verstößt. Doch derart kleine Hindernisse können die USA bei ihrem militärischen Engagement in der Ukraine offenbar nicht aufhalten. Die Grünen im Wiener Parlament wollten es daher genau wissen und stellten eine Anfrage an den österreichischen Verteidigungsminister Gerald Klug von der SPÖ Bezüglich der Truppentransporte, die die USA 2014 und 2015 über Österreich in die Ukraine durchgeführt haben. Die Antwort von Klug und seinem Stab belegten die Ausmaße, mit denen Washington sich am Ukraine-Konflikt beteiligt. 1.310 Transporte von Militärpersonal und schwerem Gerät bewegten sich von 2014 bis September 2015 durch Österreich. Zuzüglich der Aktivitäten anderer NATO-Staaten sind in diesem Zeitraum sogar 3.200 Transporte abgewickelt worden. Tendenz anhaltend. Die österreichische Zeitschrift Kurier verkündet in einer Meldung vom 9. September 2015 unverblümt Seit dem Umsturz in der Ukraine im Februar 2014 bekämpft die pro-westliche Regierung mit Hilfe der NATO die pro-russischen Separatisten im Osten des Landes. Die USA liefert der Regierung in Kiew militärische Ausrüstung und das US-Militär bildet in der Westukraine Soldaten aus. Auch stockten die NATO-Staaten ihr Verteidigungspotenzial in den baltischen Staaten Bulgarien, Rumänien und Polen auf. Ukrainische Zivilisten demonstrierten 2015 vor der US-Botschaft in Kiew unter dem Einsatz ihres Lebens sogar gezielt gegen die Besetzung der Ukraine durch die USA. Darüber schweigen sich die westlichen Medien allerdings aus. Um dieses eigenartige Desinformationsphänomen der westlichen Medien zu beschreiben und als Prinzip auf den Punkt zu bringen, könnte man es vielleicht so ausdrücken. Wenn man die Wahrheit sucht, scheint es sich oftmals so zu verhalten, dass sie 180 Grad entgegengesetzt zu dem zu finden ist, was die westlichen Mainstream-Medien berichten. Liebe Zuschauerinnen und Zuschauer, sehr herzlich begrüße ich Sie aus unserem Studio in Dresden zum heutigen Medienkommentar. Am 11. Juni 2014 haben wir in unserem Medienkommentar die Frage gestellt, werden Fernsehbilder vorsätzlich gefälscht? Wir hatten damals den skandalösen Vorgang dokumentiert, dass öffentlich-rechtliche Fernsehsender in ihrer Kriegsberichterstattung in mehreren Fällen falsche Fernsehbilder ausgestrahlt haben. Diese gefälschten Bilder wurden jeweils in sonderbarer Weise kommentiert, zum Beispiel Das sollen Bilder sein oder Die genaue Herkunft der Bilder ist uns nicht bekannt. Diese eigenartigen Formulierungen haben die Frage aufgeworfen, ob das öffentlich-rechtliche Fernsehen gezielt juristische Tricks anwendet, um die Ausstrahlung von falschen Fernsehbildern rechtlich abzusichern. Nun sind wir von aufmerksamen Klagemauer-TV-Zuschauern auf weitere gefälschte Fernsehbilder hingewiesen worden. Aus diesem aktuellen Anlass möchten wir nun diese eingereichten Klagen in dieser Sendung behandeln. Am 20. Mai 2014 berichtete die AAD in den Tagesthemen, dass Zehntausende einem Aufruf des ukrainischen Multimilliardärs Rinat Achmevtov zu friedlichen Protesten gegen sogenannt russische Separatisten in das Fußballstadion von Donetsk gefolgt seien. Filmaufnahmen beweisen jedoch unzweifelhaft, dass sich zum angegebenen Zeitpunkt nur ca. 300 Personen im Fußballstadion befanden. Die AAD hatte ihre Kameras so positioniert, dass die Fernsehzuschauer über die tatsächliche Zahl der Demonstranten belogen werden konnten. Am 29. August 2014 veröffentlichte die AAD auf ihrer WDR 5 Internetseite ein Foto, das eine russische Panzerkolonne in einer wüstenartigen Landschaft zeigt. Der Text der AAD zum Bild lautete »Russische Kampfpanzer fahren am 19.8. 2014 noch unter Beobachtung von Medienvertretern in der Ukraine«. Kurz nach Veröffentlichung des Fotos kam ans Licht, dass das Foto nachweislich im Jahre 2008 im Kaukasus aufgenommen wurde. Nach heftigen Protesten ein entrüsteter Leser entschuldigte sich die AAD schließlich und tauschte das Bild aus. Doch beim Austausch geschah etwas Unglaubliches. Die AAD ersetzte die Fälschung durch eine weitere Fälschung. Diese zweite gefälschte Aufnahme, die einen russischen Soldaten auf seinem Panzer zeigt, entstand im März 2014 auf der Krim. Somit konnte auch dieses Bild die Behauptung, dass russische Truppen am 19. August in der Ukraine einmarschiert wären, nicht belegen. Folgerichtig musste die AAD nach Protesten auch die zweite Fälschung entfernen. Verehrte Zuschauer, können wir angesichts dieser in unseren beiden Sendungen dokumentierten Fälschungsreihe noch von versehen sprechen, die auch Profis unterlaufen können? Unausweichlich stellt sich hier die ungeheuerliche Frage, ob das öffentlich-rechtliche Fernsehen vorsätzlich falsche Fernsehbilder sendet. Offenkundig ist, dass sich bei allen Fälschungen ein roter Faden eindeutig erkennen lässt. In allen aufgezeigten Fällen ist die Absicht unverkennbar, dass den Zuschauern gezielt sowohl Russland als auch die pro-russischen Separatisten als Feindbild indoktriniert werden sollen. Sind die sogenannten öffentlich-rechtlichen Sender in die Hände kriegstreiberischer Kräfte geraten? Lassen Sie uns gemeinsam wachsam sein und kriegstreiberische Absichten entlarven. Reichen Sie eine Klage bei uns ein, wenn Ihnen ähnliche Fälle bekannt sind. Bitte verbreiten Sie diese Sendung unter dem angegebenen Link weiter, damit auch Ihre Freunde und Bekannte nicht mehr länger durch offensichtliche Medienlügen betrogen werden können. Wir bedanken uns für Ihre Aufmerksamkeit und danken für jede Unterstützung. Auf Wiedersehen! Wenn alle Aufzeichnungen gleich lauteten, dann ging die Lüge in die Geschichte ein und wurde Wahrheit. George Orwell, 1984 haben auch Sie ein öffentliches Unrecht zu beklagen oder von einem Sieg zu berichten? Bleiben Sie damit nicht allein! Schreiben Sie noch heute an klagemauer.tv Klagemauer.tv Nichtgläserne Bürger, gläserne Medien, Politiker und Finanzmogule brauchen wir. Untertitelung des ZDF für funk, 2017